Willkommen zu einer weiteren Folge von Park Fall 3 Blood Dragon So, der Blutdrauch ist jetzt ein bisschen weiter weg, ich sehe ihn jetzt gerade nicht mehr, jetzt ist er grün Das ist ja noch einer, wo kommen die denn schon wieder her? Ah Von da hinten? Ich glaube mit jedem Level streckt unsere Lebensenergie so ein bisschen, ne? Hehehe Auf jeden Fall haben wir jetzt die 10.000 Dollar Ich liebe diesen Scheiß Entsteigen Wegfahren bitte So Jedes Mal bewegt sich der Scheiß Äh, da haben wir noch eine Basis, den könnten wir theoretisch noch einnehmen Einnehmen Oh I do I do I do lag auf dem ding was drauf oder soll es das dann so aus ruhig können ja ich glaube wir fahren gerade falsch oder falsch abgebogen na gut und abkürzung warum auch immer das immer diese kaputt aussieht und abkürzung 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 über die brücke neue mission lokalisiert keinen gegner übrig lassen da kommen wir gar nicht rein jedenfalls nicht so fahren wir erst mal rein und gucken wir ob wir viel überfahren können abkürzung 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 Oh man, ich hoffe wir packen das mit unserer Munition hier. Ich glaube die sind alle draußen, so wie es aussieht, oder? Ja. 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 Gehen wir mal hoch. Ne, willst du mich verarschen? Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Wo seid ihr? Geht doch. Ich sehe kein verdammt. Warte. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Hey, wo ist der denn? Wie war das Auto hier? Verdammt, wie ging denn das? Okay. Upsala, gegen das Headset hier kommt. So. Upsala, bei einem Fahrzeug sind scheinbar auch noch welche. Upsala, bei einem Fahrzeug. Ich höre zwar den dämlichen Hund oder die Hunde, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ich höre die Hunde, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ich höre die in den Dinger da drin stecken. So einen Anliegeplatz haben sie auch noch da unten, da ist aber nichts. Was ist denn hier die Kiste? Nein! 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 So kommen die auch gleich rein. Wird gespeichert, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob man selber speichern kann, weil jetzt wenn wir den ganzen Kram aufsammeln, dann war es das ja irgendwie, dann machen wir das ja auch umsonst. Drei von drei letzten Garnisonen, die bleiben hier natürlich stehen. Ich will noch diese Ene Kiste gern haben, wenn ich wüsste, wo die ist. Ach, die wird im Gebäude unten drin sein. Oder ist hier noch was? Ach, he he. Es wird nicht gespeichert. Ist da oben irgendwas, nö, ne? So manchmal hat er hier Probleme mit dem Hochrennen. Na gut, dann war es das für diese Session. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich. Bis dann.